Wie lange wollen Sie noch traurig sein oder voller Bedauern leben? Bedauern raubt Ihnen Ihre Kraft? Ich wünschte, ich hätte nicht, ich wünschte, ich hätte. Nun, was Sie getan oder nicht getan haben, lässt sich nicht mehr ändern, aber heute ist heute. Lassen Sie uns im Jetzt leben, denn der Glaube zeigt sich heute, nicht gestern und nicht morgen. Ich habe heute den Glauben, dass Gott sich um gestern kümmert, und ich habe heute den Glauben, dass Gott auch morgen für mich sorgen wird. Mehr stärkende Impulse finden Sie im Joyce-Meyer-YouTube-Kanal. Schauen Sie mal rein! Schauen Sie mal rein! Schauen Sie mal rein!